Ja, seit diesem Wir2020EU, ich betone EU, nicht DE, also mit DE habe ich bis jetzt nur gute Erfahrungen gemacht, mit Wir2020EU nur schlechte Erfahrungen gemacht, sozusagen. Und seit diesem Wir2020EU-Verleumdungs-Hetzschrift-Skandal, Doppelpunkt gilt, alle stimmen bitte nur an die Basis, das ist unsere Bitte, bitte null Stimmen für Wir2020EU. Wir2020EU, mehr kriminelle Vereinigungen als Partei? Diese Frage muss ja jetzt gestellt werden. Und es ist eben so, wir müssen uns ganz klar sein, in der Corona-Szene gibt es die realistischen Kritiker und die Kriminellen. Und es gibt leider auch in dieser Bewegung durchaus etliche Kriminelle, ja, und die drängen sich natürlich auch in Parteien rein, wie Wir2020EU. Und die haben dort vielleicht ein Übergewicht, wer weiß, die kriminellen Mentalitäten, ja. Also noch einmal, der realistische Kritiker sagt, Corona ist ein einziger vorteilbringender Irrtum zugunsten der Profite der Impfindustrie, der Testindustrie, der Maskenindustrie und der pharmazeutischen Industrie und der Medizinindustrie. Wir müssen die Systemstruktur ändern, damit solch ein struktureller Fehler nicht mehr vorkommen kann, sondern die vorteilbringenden Irrtümer aussterben, aufgrund starker, positiver Anreize, die wir neu setzen müssen. Das ist die kluge Kritik, sachlich, ohne Vorverurteilung, ohne Verleumdung, ohne Diffamierung, ohne beweislose Verdächtigungen, ohne, ja, also quasi ohne Straftaten, ohne kriminell zu sein. Aber dann, wer rumläuft und Bill Gates und viele andere vorverurteilt, ohne Beweise sozusagen, die anderen als Verbrecher hinstellt oder auf das Schlimmste sozusagen diffamiert und damit sozusagen fast schon eine Aufhetzung zu Straftaten gegenüber diesen Personen fast schon mitbegeht. Und also irgendwie zumindest eine gewisse Verantwortung dafür trägt, dass dann vielleicht Gewalttaten gegenüber solchen Personen getätigt werden, der ist nichts anderes als ein ganz gewöhnlicher Verbrecher. Das ist ein verfassungsfeindlicher, krimineller, ja, und das müssen wir nochmal ganz klar unterscheiden, ja. Also noch einmal, die Realisten sagen, ja, Corona ist ein vorteilbringender Irrtum, zum Beispiel der Impfindustrie und so weiter. Und deswegen brauchen wir Reformen, die zum Beispiel über die Partei, die Basis und die externen Experten, die Next Scientists for Future kommen können, ja. Und deswegen gilt jetzt die Aussage, aber liebe Basis, bitte, Sie sind leider noch keine Basisdemokratische Partei, das zeige ich Ihnen jetzt mal. Aber vorher begrüße ich nur nochmal hier die, also liebe Herren Sieber, Bhakti, Füllmich, Schiffmann, Köhnlein, Reuter, Rosen, Fischer, ja. Übernehmen Sie Verantwortung, unterstützen Sie die Basis und unterstützen Sie, dass die Basis mit den Next Scientists for Future kooperiert, deren 56% Potenzial, deren überlegene Qualität der Reformen nutzen, sozusagen, und lassen Sie sich mal helfen, dass überhaupt aus der Basis, aus die Basis, eine echt Basisdemokratische Partei wird. Wovor ich das zeige, doch nochmal dieser eine Satz hier. Noch einmal, liebe Zuschauer und liebe Wählerinnen, stellen Sie sich vor, oder auch liebe Parteimitglieder von Wir2020-EU, aus meiner Sicht sollten Sie sofort alle austreten und in die Basis wechseln, ja. Denn stellen Sie sich vor, eine nur aus Unwahrheiten bestehende Hetzschrift wird morgen über Sie geschrieben. Und der Wir2020-EU-Vorstand findet nichts dabei. Dann natürlich hat auch der Bundesvorstand die ganzen Mitteilungen an den Verfassungsschutz und an die Stuttgarter Zeitungen und die DPA, die Deutsche Presseagentur, bekommen, ja. Und man findet nichts dabei. Es ist doch völlig in Ordnung, wenn da eine Lügen- und Verleumdungs- und Hetzkampagne gegen die Next Scientists for Future von irgendwie einer völlig geistig verwirrten Person getätigt wird. Da ist überhaupt kein Problem mit. Und diese geistig verwirrte Person findet offensichtlich, hat gar kein Problem damit, dass alle ihre Lügen ja innerhalb von Minuten nachweisbar sind und beweisbar sind. Ja, bei der einzigen Sache war es, da hat es ein paar Tage gedauert, bis Herr Dr. Wölker von wir2020.de, mit denen wir ja wunderbar bisher korreperiert haben, bis der dann eine Mail geschickt hat und bestätigt hat, er wurde niemals angefragt. Alles war Lüge, also alles war Lüge oder Unwahrheit, was diese Dame da behauptet hat. Und so etwas innerhalb der eigenen Partei zu dulden, ja, das zeigt, dass diese Partei eine durchaus kriminelle Grundhaltung hat, vom Vorstand her, dass man gar nichts dabei findet. Wahrscheinlich würde man auch nichts dabei finden, Bill Gates vorzuverurteilen und zu verleumden und zu diffamieren, auf Teufel komm raus. Genau so, ja, für die ist vielleicht, vielleicht ist für den Vorstand von wir2020.eu Verleumdung was ganz Gutes und was Nettes und keine strafbare Handlung und nichts, nein, überhaupt nichts, wir dürfen uns alles erlauben, ja. Und das ist die Mentalität von Verbrechern, ne, also von daher ist die Frage berechtigt, die jetzt ja aufgeworfen werden muss. Ist wir2020.eu im Gegensatz zu DE mehr eine kriminelle Vereinigung als eine Partei? Fragezeichen. Die Frage müssen wir öffentlich diskutieren, ne? Ja, so, und dann zeige ich jetzt mal, was mit der Basis los ist, warum die, bitte, liebe Basis, hoffentlich schaffen Sie den Sprung zur echten Basisdemokratie. Denn, ich zeige das jetzt mal, also, echte Basisdemokratie hat das zur Voraussetzung, dass man die andere Seite hört. Wie hieß es immer so schön? Alle haben sich beschwert, dass immer nur Drosten, Wieler und Lauterbach gehört wurde und die anderen Seiten, wie sie zum Beispiel Bhakti, Wodak, Schiffmann repräsentierten und die Next Scientists for Future, nicht gehört wurden. Und was macht die Basis bis jetzt? Sie hört die anderen Seiten nicht. Sie ist wieder in eine Einseitigkeitsfalle gerutscht und erstellt ein Wahlprogramm, anstatt ein Volksentscheidwahlprogramm zu erstellen, wo zwischen drei und zehn Wahlalternativen, alternative Vorschläge eins bis zehn, drei bis zehn oder so nebeneinander stehen. Und den Wählern als erster Volksentscheid nach der Wahl gegeben werden. Denn Basisdemokratie bedeutet, dass der Souverän die WählerInnen sind und nicht die Parteimitglieder. Denn die Parteimitglieder wird man nie schaffen, dass die eine vollständig repräsentative Wählerstichprobe darstellen. Denn das wird man nicht inbekommen. Das hatten wir mal als Idee, dass man das versuchen könnte. Aber man kann es auch einfach lassen. Man kann einfach darauf verzichten, eine repräsentative Wählerstichprobe perfekt anzustreben. Man kann einfach sagen, man verankert ganz fest als Zentrum der Partei, dass jede Reform, alle Reformen gesammelt werden, die anderen Seiten gehört werden, in diese Volksentscheidwahlprogramme hineingeschrieben werden und dann den Wählern nach der Wahl sofort als ersten Volksentscheid nach der Wahl zur Abstimmung gegeben werden. Und das ist da erst beginnt, echte Basisdemokratie. Wenn ich jetzt also das Ganze hier sozusagen reduziere und sage, die anderen Seiten höre ich nicht, ich streiche jetzt diese vier hier weg oder ich mache nur den hier und streiche alle anderen vier einfach schon mal von vornherein weg und verschweige diese anderen Ansätze gegenüber der Parteibasis. Danach kann sich eine Partei so viel basisdemokratisch gebärden und so oft konsensieren, wie sie will. Nach diesem Wegzensieren der anderen Seiten ist es von vornherein keine Basisdemokratie mehr, weil die Basisdemokratie schließt das Aufnehmen aller sich nennenswert unterscheidenden Vorschläge mit ein. Und wenn auch nur einer dieser Vorschläge ausgeschlossen wird, dann ist es keine Basisdemokratie, sondern dann ist es das Stichwort. Das ist eine Verengung des Debattenraumes und damit ist die Basisdemokratie schon bevor sie beginnen könnte, ausgehebelt und nicht mehr existent. Und ich zeige jetzt mal die anderen Bilder. Nur, dass Sie ein Bild kriegen, ja, das ist jetzt, wenn man so rumbastelt, das ist das, was ja die Basis auch gerne im Original jederzeit bekommen kann, dass man eben daran rumschreibt, Sie können das, wenn Sie dieses Video stoppen, die Sendung stoppen, können Sie ja die Seiten alle lesen, wenn Sie wollen, brauchen Sie es nicht bei uns zu lesen. Das sind jetzt so die Fotografien mal, so einige Fotografien daraus, ja, und so gibt es dann zu allen möglichen Themen Volksentscheide, den Volksentscheid. Und da, erst das ist die Grundvoraussetzung, ohne dass es die Basisdemokratie gar nicht geben kann, ja. Und, ja, und die Einzigen, die dieses Konzept haben, die FRAG-Partei, die Frage ist halt, ob wir sozusagen vielleicht der FRAG-Partei helfen sollten, indem wir sozusagen ihr helfen bei dem Aufbau der gesamten Parteistruktur, ja. Aber wir hoffen, liebe die Basis, wir hoffen, Sie kommen noch zur Erkenntnis, dass Sie noch keine Basisdemokratie sind, sondern ein Machtapparat wie jeder andere auch bisher leider, und dass Sie erst noch eine Basisdemokratie werden müssten, und dass Sie das nur werden können. Ach so, und dann hier übrigens nochmal der Hinweis, Sie können also nur dann eine Basisdemokratie werden, wenn Sie alle Vorschläge zur Gesundheitsreform, zur Landwirtschaftsreform, zur Ernährungsreform und, und, und. Also, wenn Sie die alle sammeln und alle den Wählern, den Parteimitgliedern, aber auch dann den Wählern vor allem, vorstellen, wenn Sie den Debattenraum wieder künstlich verengen, dann sind Sie keine Basisdemokratische Partei mehr, ja. Dann sind Sie eine Scheinbasisdemokratische Partei. So, und hier nochmal zu zeigen, äh, äh, mein, das ist die Petition, die quasi, wo dieses Parteimitglied, Ex-Parteimitglied, sie hat mir also gesagt, sie ist ausgetreten aus Wir 2020 EU wegen dieser schrecklichen Hetzschrift, wo sie ja weiß, dass das alles gelogen ist, was da drin steht, dass jedes Wort eine Lüge ist, ja, weil sie ja auch in den Talkshows teilweise dabei war. Und, äh, äh, und jetzt, äh, sozusagen, hat sie ja drei Möglichkeiten. Die Basis, die FRAG-Partei oder wir2020.de, der, der Topmann, äh, für uns ist ja der, der ideale Kanzlerkandidat, dieser Dr. Wülker, weil der so ruhig und sachlich ist und dabei so kompetent, dass man als Physiker, ja, und er ist halt aus unserer Sicht der, äh, vielfach kompetentere als Frau, äh, Dr. Merkel, die ja auch Physikerin ist, aber der Dr. Wülker ist einfach eine andere Kompetenz-Ebene, also ein ganz anderes Kompetenz-Level aus unserer Sicht, ne. Ja, und mittlerweile hat diese Petition dann für uns, äh, 201 Unterstützungsunterschriften erbracht, obwohl sie ja blockiert wurde, zensiert wurde natürlich von diesem Open Petition. Äh, ich weiß gar nicht, was das ist, das scheint auch nichts Seriöses zu sein, aber immerhin hat es erbracht, dass wieder, wie immer halt, 64 begeisterte, positive Kommentare, also vier sind nicht so begeistert und circa 60 begeisterte Kommentare über uns geschrieben wurden und natürlich hat ein Lobbyist der Pharmaindustrie und Medizinindustrie und der Ärzteschaft natürlich auch ein bisschen Kontra gegeben, na, das muss ja sein, er muss ja seine Vorteilbringenden Irrtümer seiner Zunft natürlich weiter ausposaunen, aber ansonsten rundweg 60 circa voll begeisterte Kommentare, während die, die, äh, sozusagen hier, die können die ja auch mal reinlesen, zum Beispiel, das ist der wahre Ansatz, also der Next Scientist for Future ist der wahre Ansatz, dem habe ich nichts hinzuzufügen, äh, und hier können Sie noch einiges lesen, wenn Sie das mal anhalten, ja, und dann hat man, ja, da ist noch mal die, die, die Schrift, ja, ich weiß nicht, wo die Bilder, ach so, die Bilder sind jetzt ein bisschen größer, ja, das können Sie noch mal ein bisschen in größerer Schrift lesen, ach so, da haben Sie die Petitionen noch mal, ja, das ist jetzt ein bisschen größer noch, das können Sie alles noch mal, und jetzt hier, das hat sie, das ist der Vorentwurf für die Landtagswahl Baden-Württemberg von ihrer damaligen Partei, muss man ja sagen, wir 2020 EU, und das hat sie reingestellt, und das hat mittlerweile 15 Unterschriften und zwei Kommentare, ja, wobei die auch, äh, nur einer davon rundweg positiv ist, ja, das heißt, man hat also 60 positive Kommentare für die Next Scientist for Future Gesundheitsreform, und einen positiven Kommentar für die Wir-2020-EU-Vorentwurfsgesundheitsreform, da sieht man schon keine Chance, das, was von Wir-2020-EU kommt, ist so inkompetent, dass es die Leute einfach nicht begeistern kann, ne, und, äh, und, äh, und eben 201 Unterstützungsunterschriften zu 15, obwohl die Zeit ungefähr vergleichbar ist, und obwohl ja ab 201 oder ab 200 letztendlich die eine Petition blockiert wurde, und die andere noch weiter läuft, also eigentlich müsste die andere jetzt auch schon 200 haben, hat sie aber nicht, sie hat nur 15, also ganz klar, der Sieger auch dieses Duells ist wie immer Next Scientist for Future, die Superreform der Next Scientist for Future, ja, so, und da können Sie das auch nochmal nachlesen, wenn Sie wollen, das ist jetzt auch größer, Ja, das war es schon wieder, äh, also, ich gehe zurück, dieses Prinzip, hier schön gezeigt, schriftlich, fünf Wahlalternativen Wahlvorschläge, und der Wähler muss entscheiden, nur das ist Basisdemokratie, nicht die Parteimitglieder, die Tätigkeit der Parteimitglieder darf sich nur darauf beschränken, die verschiedenen in der Welt existierenden unterschiedlichen, zum Beispiel Gesundheitsreformvorschläge zu sammeln und sie dem Wähler in Basisdemokratischer Mentalität und Manier vorzulegen und zur Volksabstimmung vorzulegen. Und alles andere ist ja keine Basisdemokratie. Und die Next Scientist for Future haben in ihrer Machtbegrenzungs- und Demokratisierungskette ja noch viel mehr Dinge drin, ja, nämlich die Wohlfühlstimme als neue Wahlstimme und so weiter, ja. Also, ich lese mal hier noch ein paar Sachen vor. Also, wichtig ist nochmal gerade der Hinweis. Die Wohlfühlstimme ändert erst einmal überhaupt nichts daran. Wenn ein Alkoholiker jetzt Angst hätte, dass er dann seinen Alkohol nicht mehr saufen dürfte, das wäre völlig falsch. Die Wohlfühlstimme hat doch überhaupt keinen Einfluss darauf. Der kann so viel weiter saufen, wie er möchte. Er soll doch, bei der Wohlfühlstimme teile ich doch nur mit, wie es mir in dieser Gesellschaft tatsächlich geht. Und davon werden die Gewinner aller Firmen abhängig gemacht. Und das wird nie so weit kommen, dass gar kein Alkohol mehr hergestellt wird, sozusagen. Schluck Wasser. Ach so, hier unten rechts an dem rundlichen Ding. Immer alle Sendungen schneller drehen. Mindestens Mindesthöhergeschwindigkeit 1,5. Die Wohlfühlstimme wird mit der Zeit sicherlich dazu führen, dass sich die Alkoholfirmen noch ganz andere Standbeine dazu holen, nämlich gesundheitsförderliche Nahrung und so weiter. Aber man wird ja immer noch ein paar Euro verdienen können, auch wenn die Verdienstzuschüsse natürlich durch den Alkoholverkauf eher immer reduziert werden. Aber natürlich wird das Prinzip gelten, dass auch der Supermarkt, der wird immer, wenn dann aus dem Ausland auch Alkohol holen, sozusagen. Denn solange es noch Suchtkranke in Deutschland gibt, die den Alkohol wollen und brauchen und dann im Supermarkt nachfragen, wird der Marktleiter das auch anbieten. Und wenn es Alkohol aus aller Welt ist. Aber niemand wird jemals dem Alkoholiker sein Alkohol verbieten. Das Konzept der Next Scientist for Future ist genau das Gegenteil. Schenke den Menschen Glück in der Hausarztgesundheitskommune. Schenke ihnen Lebenslust und Lebensfreude jenseits des Alkohols. Und wenn dann der Alkoholiker den Alkohol immer öfter stehen lässt und ihn nicht mehr braucht als Krücke in der vorher kranken Gesellschaft, dann ist das der richtige Weg. Also noch einmal. Die Wohlfühlstimme nimmt keinem Süchtigen sein Suchtmittel weg. Niemals. Das kommt nämlich manchmal so als Missverständnis. So, ich lese mal weiter vor. Ich gehe wieder zurück auf unseren Ursprungstext. Also, mal kurz nachrichten. Ja, zu Universitäten ist was Neues gekommen. Ja, noch mal so ein Kernsatz. Zu den Unis. Doppelpunkt. Je mehr die forschen, desto schlechter wird die Welt. Ja, so sieht es aus. Das ist die Realität. Je mehr die Unis forschen, desto schlechter wird die Welt. Aber zum Glück ist aus den Universitäten auch der Weltrat und die Next Scientists for Future geworden, als dass der kleine, winzige Ausschnitt, der der Wahrheit verpflichtet ist und die Welt verbessern kann. Ja, wir sind ja auch der Heal the World Rat. Der Weltheilungsrat. Ja, das, was an den Unis leider überwiegt, ist die schädliche Pseudowissenschaft, die den Bürgern eher schadet als nutzt. Ja. Ach so, übrigens, das Mitglied, das jetzt ausgetreten ist, aus WIR 2020 EU, sie wird auch noch das Gespräch, also sie hat ja die Alternativen, die Basis, FRAG-Partei, Gespräche mit die Direkte will sie noch mal führen, mit Herrn Thorsten Schulte und so weiter. Und, ja, das, und WIR 2020 DE natürlich, das wäre natürlich, wobei die bis jetzt bei der Landtagswahl Baden-Württemberg ja noch gar nicht antreten, ne? Leider. Ja, ich, das habe ich ja schon gesagt, dass WIR 2020 EU mit diesem, mit diesen, mit diesen kriminellen Verleumdungen, ja, sozusagen damit sich selber in die Nähe des Begriffs kriminelle Vereinigung gerückt hat, ja? So, dann geht es hier weiter. Der vielleicht schlimmste Vorteil bringende Irrtum, der in der Welt rumkassiert ist, ist so irgendwie der Gedanke, man wüsste etwas. Die Leute laufen alle rum, auch in den Parteien, ja, auch in den Neuparteien, als wüssten sie irgendetwas. Dabei können sie gar nichts wissen. Denn das eigene Weltbild besteht fast nur aus vorteilbringenden Irrtümern, die von überall her ja auf uns einströmen. Die über 50-jährige Arbeit der einzelnen Wissenschaftler, der Next Scientist for Future vom Weltrat und besteht, stand ja gerade, aus einer letztendlich eigenen inneren VIAT, also einer vorteilbringenden Irrtümer-Abbau-Therapie. Das heißt, wir haben nichts anderes gemacht, als zu versuchen, diese ganzen vorteilbringenden Irrtümer rauszuwerfen aus unseren Köpfen und irgendwie zu Wahrheiten zu finden. Und die Anekdote vom alten China ist ja das Zentrum des gesamten Weltrates. Und da steckt alles drin. Der Arzt wird beobachtet auf seine Ergebnisse hin. Leistungsmessung. Da wird geguckt und alle reden miteinander und dann erfährt man, ah, da ist einer im Dorf krank geworden. Also müssen wir die Geschenke an den Arzt reduzieren. Das heißt, die Verdienstzuschüsse werden reduziert, wenn jemand krank wird. Und sie werden erhöht, wenn wieder alle gesund sind. Und da steckt das Prinzip drin, vorteilbringende Irrtümer abbauen oder verhindern durch starke positive Anreize. Also dieses chinesische Prinzip verhindert also sozusagen oder baut ab die vorteilbringenden Irrtümer, die sich bei den Ärzten bilden können, mit denen sie Krankheit eher fördern, damit sie mehr Geld verdienen sozusagen. Und diese Anekdote vom alten China, da ist schon alles drin, da ist die ganze Therapie der Menschheit drin, die Korrektur des Problems, dass wenn große Gehirne immer wieder Tauschhandel, Arbeitsteilung und Markt erfinden, dass der dann gelenkt werden muss durch starke positive Anreize. Sonst entgleist er in Richtung einer ungeheuren Ausbreitung von vorteilbringenden Irrtümern. Und die Leute denken dann, sie hätten Wissen über die Welt, aber in Wirklichkeit besteht deren Weltbild immer nur aus den vorteilbringenden Irrtümern, die aus allen möglichen Seiten, aus sie eingeströmt sind und als parasitäre Meme oder Killerviren des Geistes sie verseucht haben. Ja, noch einmal, weil es so wichtig ist, jeder darf auch bei den Next Scientist for Future Reformen munter weiter Alkohol, Zigaretten, Süßigkeiten, Drogen konsumieren, so viel er will, soweit es die Gesetze überall erlauben und so weiter. Aber, und die Wohlfühlstimme hat darauf überhaupt keinen, nicht den geringsten Einfluss, sozusagen. Ja. Die Wohlfühlstimme teilt ja nur dem Bundeswahlleiter mit, wie es einem mit dem Suchtmittel in einer kranken Gesellschaft geht. Und das teilt man mit und dann kann die Gesellschaft und die Firmen und die Konzerne können daran arbeiten, dass es allen Menschen besser gehen möge, weil sie nur dann noch Verdienstzuschüsse kriegen. Wer auf die Mitteilung seiner Wohlfühlstimme verzichtet, der muss dann halt damit weiterhin leben, dass die Wirtschaft und die Politik weiterhin sein Leben ruinieren wird, weil er ja dann stimmlos ist. Er wird ja dann auch übergangen und ignoriert. Und so ist das dann halt. Ja, und demnächst werden wir die Redezeituhr vielleicht aufwärts laufen lassen, damit wir sehen, wenn ich auch mal, wenn ich eine Minute überziehe, dann kriegen die anderen auch eine Minute extra. Ist da klar. Ja, das war's jetzt schon wieder mit dieser wissenschaftlichen Tagesschau heute. Ich wiederhole noch einmal hier abschließend. Ja, seit diesem unglaublichen Wir-2020-EU- Verleumdungs- Hetzschrift-Skandal und der Bundesvorstand rührt sich auch nicht und sagt, ja, hier, wir entschuldigen uns sofort bei Ihnen. Erklären Sie uns, wo sind, erklären Sie uns bitte jede einzelne Lüge, damit wir dann die Grundlage haben, diese Personen alle, die daran beteiligt sind, den einen Vorstandsvorsitzenden Bayern, das Vorstandsmitglied Bayern und die Beginnerin oder die Initiatoren dieser Hetzschrift, damit wir die alle aus der Partei sofort ausschließen können und ein Ausschlussverfahren, falls die sich weigern, da sofort zu machen und so weiter. Das wären anständige Menschen. Menschen, die anders handeln, sind einfach nur Verbrecher, weil sie Verbrechen unterstützen und wer Verbrechen unterstützt, es gibt ja bei vielen Straftaten tatsächlich auch das so, dass wenn sie quasi einen Straftäter in irgendeiner Weise unterstützen, dann werden sie selbst verurteilt als Verbrecher. Ja, und so sehe ich das hier auch. und deswegen unsere Bitte noch einmal an alle, die es gut meinen und die nicht jetzt eine kriminelle Politik an der Macht wollen, sondern eine vernünftige, realistische Politik, die die Strukturen so ändert, dass Corona und Schweinegrippe unmöglich werden, aber ohne dabei über Menschen zu hetzen und über Menschen zu verleumden wie Bill Gates, wo wir doch gar nicht wissen. Wir haben doch keinen einzigen Beweis, was er wirklich denkt, ob er wirklich mit irgendwelchen Leuten zusammensitzt und kriminelle Pläne schmiedet oder nicht und wir müssen doch mit der Unschuldsvermutung, das gehört doch zu den Menschenrechten, wir dürfen doch nicht die Menschenrechte außer Kraft setzen. Solange wir nichts genaues wissen, gilt für Herrn Gates die Unschuldsvermutung wie für jeden anderen Menschen auch. Und aber deswegen gilt jetzt vorübergehend alle Stimmen bitte nur an die Basis. Jede Stimme ist verloren an, bitte deswegen Null Stimmen für wir 2020 EU und bitte liebe wir 2020 EU-Mitglieder, bitte treten Sie sofort aus und wechseln Sie in die Basis, folgen Sie Eva Rosen in die Basis hinein, solange wir 2020 noch nicht stark genug wieder neu da ist sozusagen, denn da sind bis jetzt meiner Erfahrung nach die seriösen Leute, die waren ja sogar so offen, die haben nicht nur uns als externe Experten mit dazu genommen, sondern die haben auch die Ökonomie von Mankind dazu genommen, die haben auch sich angehört, was die Gemeinwohl Ökonomie von Christian Felber für Ideen hat, die haben sich angehört, was Professor Hans-Werner Sinn für Ideen hat, zum Thema Mindestlöhne und Tariflöhne und Gewerkschaften und so weiter, also da ist die Offenheit, die die Voraussetzung für eine echte Demokratisierung ist, die Offenheit für verschiedene Vorschläge zum gleichen Thema und wir müssen eben abschließend die Frage stellen, ja, ist wir 2020 EU im jetzigen Zustand mehr kriminelle Vereinigung als die Partei, das sollte überall jetzt mal offen diskutiert werden, ja, tschüssi, bis bald.